Also, ihr seht hier das Farbdisplay in der Standardeinstellung. Ich zeige euch jetzt, wie man die Riding-Modes wechselt. Ich drücke einmal den Knopf für die Blinkerrückstellung, dann sieht man sofort den gewählten Modus und seine Konfigurationen. Drücke ich erneut den Knopf, kann ich zwischen den Modi wechseln, und zwar Race, Sport und Wet. Ich wechsle jetzt von Sport zu Race und bestätige mit einem langen Druck auf den Knopf, circa drei Sekunden, und wir sehen am Display, dass nun der Modus Race in einem orangen Feld angezeigt wird. Wenn ich jetzt den Schieber unter dem Blinker nach unten drücke, komme ich ins Hauptmenü mit allen Einstellungen, die ich überhaupt anpassen kann. Hier kann ich zahlreiche Parameter konfigurieren. Im Untermenü Riding-Modes kann ich zum Beispiel alle spezifischen zu einem Fahrmodus anpassen. Im ABS kann ich zwischen drei Stufen und Off wählen. Aber auch Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Fahrwerk lassen sich an die persönlichen Bedürfnisse anpassen.